Ja, ich gucke, ob jemand kommt. Achtung, der Olli kommt, der Olli kommt. Der Olli, der ist oben bei der 1-Minute-Task. Sieht man irgendwo, ob man gemutet ist oder nicht hier bei diesem Cooling? Ja. Also ich weiß, wo ich mich mute, aber nicht, wo ich das sehe, wenn ich mich mute. Oh, oh, Achtung, Lichter. Oh mein Gott! Ja, aber irgendwie haben sie es trotzdem... Oh mein Gott! Nein! Das ging schnell, das war bei uns. Der Maurice ist vor unseren Augen gestorben, das Problem ist, das Licht ist ausgegangen und wir haben niemanden gesehen. Der Maurice, der Chris... Ich müsste über Discord reden, weil bei mir hat sich das wieder geschlossen, Ehre. SRGR musst du tun. Mach an oder steuern, erdrücken. Nessi, wer war da bei uns? Ich weiß es nicht, der Maurice, du und ich. Und dann sind die Lichter ausgegangen. Da ist noch einer vorbeigelaufen. Last. Machst du das mit mir? Benni! Huch, huch, huch. Mann, du solltest mir doch erst erklären, hab ich doch gesagt, was es ist. Was? Chris, bitte, Muten, danke. Oh mein Gott, ich hab mich grad voll erschrocken. Nina, warum hast du das gerade nicht gefixt? Weil ich das nie fixe. Achso, okay. Bist du Imposter? Nein. Okay. Ich glaube dir. Bist du Imposter? Nein. Ich muss ins Lab. Ich bin die ganze Zeit alleine. Ich muss ins Lab. Irgendjemand hat vor meinen Augen Maurice gekillt. Ich bin richtig traumatisiert. Oh nein, oh nein. Ja. Wo bist du lang? Unten oder oben? Mir egal, unten jetzt. So? Ja, irgendjemand vor meinen Augen einfach. Das ist doch nicht normal. Das war es halt komplett, Alter. Ach nein, ich hatte nur noch eine Aufgabe. Das war es halt komplett. Ich wollte den Button drücken, du hältst mich davon ab, Alter. Ja, das wusste ich ja nicht. Du sagst doch, Tobi. Hallo, ist einer hier, der den Button drücken soll? Ja. Oh. Ja. Aber warum solltest du den Button drücken? Was ist passiert? Ja, also ich sprich jetzt über... Ich musste das zwei Kugel sein. Chris? Wie war das? Ich war Su Quốc.